Weihnachtsdorf an den Parsinger Karten, warum ist das einen Besuch wert? Hier gibt es alles für Groß und Klein. Eine Kindereisenbahn, ein Kinderkarussell, Bastelunterhaltung für die Kleinen, die Zauberin kommt, die Kinder werden geschminkt, aber auch die Großen kommen nicht zu kurz. Es gibt jede Menge Schmankerl. Wir haben leckere Chips aus frischen Kartoffeln. Wir haben deftiges Glühwein, natürlich, nicht zu vergessen, aber auch den Glühwunsch für die, die fahren müssen. Leckeren Eierpunsch, alles, was das Herz begehrt. Und wenn es so wie heute wunderschön weihnachtlich schneit, kann man sich natürlich auch in einem von unseren wunderschönen Hütten verstecken und es sich da einfach einmal gut gehen lassen und die weihnachtliche Stimmung mit der wunderschönen weihnachtlichen Musik genießen. Unser Nikolaus Haus mit Livemusik an den Wochenenden von Bella Italia über Santa Sing. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Alle freuen sich und genießen da die weihnachtliche Stimmung. Und zum Schluss nehmen Sie auch gerne nochmal eine Packung Mandeln mit.